Moin Moin und herzlich Willkommen auf dem Kanal Tungnil TV. Heute möchte ich mit euch das Thema OBS Studio durchsprechen. Bei dem OBS Studio handelt es sich um eine Software, welche es euch ermöglicht zu streamen oder Videos aufzunehmen. Dadurch bedingt, dass das ein ganz ausführlicher Beginnertutorial ist, werde ich unten noch einmal die Timeskips einfügen, dass ihr genau wisst, wo welcher Part ist, falls ihr zu einer bestimmten Stelle springen möchtet. Zuerst müssen wir OBS einmal downloaden. Das machen wir über obsproject.com und dann kommen wir auf diese Seite. OBS steht übrigens für Open Broadcaster Software, das heißt es ist eine Freeware, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Wir haben jetzt die Möglichkeit auszusuchen, ob Windows, Mac oder Linux. Bei mir ist es jetzt Windows, man klickt hier drauf, der Download fängt an und anschließend müsst ihr das Programm ganz normal installieren. Nach der Installation habt ihr dieses Icon und da klickt ihr einmal drauf und dann öffnet sich das sogenannte OBS Studio. Hier seht ihr dieses große schwarze Feld, das ist dann quasi das, was nachher aufgenommen wird. Und hier unten rechts habt ihr die Einstellungen, die sprechen wir jetzt einmal durch. Wir haben einmal die verschiedenen Haupteinstellungen, wir bleiben erstmal im allgemeinen Reiter. Ihr könnt zum einen die Sprache anpassen, ihr könnt hier die Optik anpassen, dieses Akri-Rachni, das normale klassische weiße System oder das dunkle System. Ich habe mich so an dieses dunkle System gewöhnt, dass ich auch hierbei bleibe. Aber es macht keinen Unterschied aus, da könnt ihr frei für euch entscheiden, was euch am ehesten gefällt. Dann ist der nächste interessante Punkt die Ausgabe. Bei der Ausgabe könnt ihr anklicken, ob ihr, wenn ihr live gehen möchtet, sprich wenn ihr den Stream startet oder den Stream stoppt, erst noch eine Benachrichtigung bekommt, die ihr aktivieren müsst. Dann wird einmal gezeigt, möchtest du wirklich live gehen? Ja, nein. Ist einfach noch einmal so eine kleine Sicherheit, bevor ihr wirklich live geht. Nicht, dass ihr das auf den Hotkey habt und aus Versehen auf den Hotkey kommt und ihr seid live und ihr bekommt es gar nicht mit und die Zuschauer sehen euch, obwohl du gar nicht in dem Moment live sein möchtest. Also, das habe ich für mich auf jeden Fall aktiviert. Muss man nicht, aber diese Sicherheit, diesen extra Klick nehme ich mir in Kauf. Dann haben wir bei der Ausgabe den Stream automatisch aufnehmen. Kann man machen, gerade wenn man seinen Stream, den man hatte, anschließend nochmal vielleicht Highlights zusammenschneiden möchte. Wenn wir jetzt auf Twitch streamen, Twitch nimmt das Ganze automatisch auf und Twitch hat ein eigenes Schnittprogramm, sodass man es auch schneiden könnte online. Allerdings ist es ein anderes Schnittprogramm. Wenn ihr lieber mit eurem Schnittprogramm schneiden möchtet, dann könnt ihr es natürlich auch separat aufnehmen. Müsst natürlich nur wissen, es verbraucht wahnsinnig viel Speicher, wenn ihr vier Stunden live seid und das Ganze komplett aufnehmt. Und genauso müsst ihr euch im Klaren sein, dass es auch ein bisschen mehr an Ressourcen von der Hardware frisst. Wenn ihr also einen guten PC habt, sollte es kein Problem sein. Wenn allerdings schon beim Stream der PC krächtst, solltet ihr dieses hier eventuell nicht aktivieren. Die nächsten Punkte sind nicht relevant. Das sind Standardeinstellungen, die könnt ihr alle so lassen. Wir haben den nächsten Part und zwar haben wir dann den Stream. Bei dem Stream suchen wir uns unsere Plattform aus. Wir können hier verschiedene auswählen. Ich bin auf Twitch aktiv. Viele werden vielleicht bei euch von YouTube sein oder ähnliches. Wenn ihr draufklickt, dann müsst ihr euren Stream-Schlüssel eingeben. Ich werde euch jetzt zeigen, wo ihr den Stream-Schlüssel für Twitch findet. Dafür geht ihr auf euren Twitch-Kanal. Ihr klickt einmal bei eurem Kanal auf Einstellungen, klickt auf Kanal und Videos und dann seht ihr hier euren primären Stream-Schlüssel. Diesen kopiert ihr. Ihr solltet den nicht anderen Personen zeigen, weil sie sich dann bei euch im Stream einloggen können. Also sie geht damit auf jeden Fall sorgfältig um. Und jetzt kopieren wir diesen einfach rein. Da wie ich bei Twitch bin und schon angemeldet bin, das wäre aber die Vorgehensweise. Dann müssen wir uns als nächstes einmal anschauen, auf welchem Server wir dann streamen wollen. Wir können den entweder automatisch nehmen, dann sucht ihr uns einen guten in der Nähe raus oder wir wählen uns einen spezifischen. Ich empfehle euch einen spezifischen zu wählen. Welchen Server nehmen wir denn dann? Dafür gibt es den sogenannten Twitch Bandwidth-Test. Den findet ihr auch im Browser und zwar auf der Seite witch.net. Das Ganze sieht so aus. Es wird hier einmal die Bandbreite, der Ping und allgemein die Qualität von jedem Server einmal getestet. Diesen Test downloaden wir jetzt einmal. Da klickt ihr auf hier unten drauf. Ihr installiert das wieder und dann habt ihr hier den sogenannten Twitch-Test. Wenn wir da jetzt draufklicken, dann kommt dieser Twitch-Bandwidth-Test. Wir können uns hier jetzt aussuchen. Ich folter schon mal vor. Ich nehme jetzt Europa. Ich weiß, welchen Server ich nehmen will. Ich werde mal einfach hier ein paar deaktivieren. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So, ich weiß, dass ich Berlin nehmen werde. Mal gucken, ob es jetzt bei diesem Test wieder so ist. Wenn wir das Ganze testen, dann würde ich euch einen Verbindungstest von mindestens einer Minute nehmen lassen. Hat einfach den Hintergrund, dass ihr für einen längeren Zeitraum seht, ob eure Bandbreite und euer Ping denn wirklich konstant ist. Aus Videotestzwecken mache ich es jetzt einmal Short. Ihr habt eure Server, die ihr testen wollt, ausgewählt und ihr klickt Start. Wir warten das Ganze einmal kurz ab. So, wenn der Test durch ist, dann habt ihr hier verschiedene Zahlen. Wir haben zum Beispiel einmal die Bandbreite. Das sind dann die Kilobits pro Sekunde, die ihr maximal hochladen könnt. Je nachdem, wie eure Internetleitung ist, wird das ein bisschen weniger sein. Hier haben wir jetzt den Ping und eine allgemeine Qualität. Die Qualität sollte ungefähr bei 80 oder höher liegen. Das wäre empfehlenswert, dass ihr wirklich kontinuierlich auf guter Qualität streamen könnt. Wenn ihr auch das Luxusproblem habt, dass ihr überall diese Zehntausenderleitungen habt, dann ist der nächste Punkt, dass ihr auf den Ping achtet. Je geringer der Ping, desto besser. Bei mir würde ich jetzt also Berlin auswählen. Jetzt würden wir hier einfach den Server aussuchen und wir nehmen hier Berlin. Als nächstes haben wir noch hier Twitch Chat-Ad-ons. Das ist gerade ganz frisch heute erst reingekommen mit dieser OBS 25.0-Version. Die ist tatsächlich heute erst der Update gekommen. Dabei handelt es sich um Emotes. Ich zeige euch das Ganze hier einmal. Und zwar können wir hier Emotes auswählen, welche wir dann im Twitch Chat haben. Und hier sehen wir dann diese Franker Face Z und hier oben diese Better Twitch TV Emotes. Diese sind dann einfach zusätzlich mit bei. Ich habe es dementsprechend auf jeden Fall aktiviert. Wenn wir das keins aktivieren würden, dann wären diese Emotes nicht mit drin. Also sind eigentlich zusätzliche Emotes. Gibt für mich keinen Grund, die zu deaktivieren. Als nächstes springe ich einmal kurz auf Video über. Beim Video haben wir jetzt mehrere Einstellungen. Fängt zum einen einmal mit unserem Monitor an. Mein Monitor kann 1080p. Ist die maximale Aufstellung und die nehme ich dann auch hier. Dann haben wir hier die Ausgabeauflösung, auf der die Videos eben skaliert werden. Da habe ich auch 1080p aktiviert. Ihr solltet, wenn euer Bildschirm hier eine höhere Auflösung hat, könnt ihr auch ohne Probleme es trotzdem auf 1080p runter skalieren. Denn 1080p reicht definitiv zum Streamen Anfang erstmal aus. Steigern könnt ihr euch immer noch. Dann haben wir den Skalierungsfilter. Der Skalierungsfilter, je geringer wir den Einstellen bilinear, das ist am schnellsten von der Skalierung her. Ist allerdings ein bisschen unscharf. Und Landschuss ist dann eben diese geschärfteste Skalierung mit 36 Stichproben. Da solltet ihr Bcubic oder Landschuss einstellen. Bcubic solltet ihr einstellen, wenn eure Hardware es nicht so gut schafft, dieses Landschuss umzusetzen. Wenn von eurer Hardware allerdings keine Probleme sind, dann setzt auf jeden Fall dieses Landschuss ein. Dann haben wir die üblichen FPS-Werte. Die FPS-Werte, die lasse ich bei 60 FPS. Das bezieht sich auch auf Aufnahmen. Dementsprechend meine Videoaufnahmen will ich immer in 60 FPS haben. Streaming wird nochmal separat gleich ein bisschen eingestellt. Wir haben als nächstes die Ausgabe vor uns. Es gibt hier zwei verschiedene Modis. Einmal den erweiterten und einmal den einfachen. Weil es ein Beginners-Tutorial ist, gehe ich einfach auf den einfachen ein. Wenn ihr diesen erweiterten noch sehen wollt und da Details zu haben möchtet, lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Dann gehe ich da nochmal drauf ein. Der einfache Ausgabemodus wird aber für 95% aller Streamer auf jeden Fall ausreichen. Wir haben hier zwei Kategorien. Streaming und Aufnahme. Fangen wir mit dem Streaming und der Video-Bitrate an. Die Video-Bitrate ist von zwei Aspekten abhängig. Zum einen eben, ob ihr Twitch-Partner seid oder nicht. Und zum anderen von eurer Internet-Kapazität. Wenn ihr Twitch-Partner seid, dann wird der Stream encoded. Das heißt, ihr könnt in der Qualität streamen, eine sehr hohe und Twitch encoded das runter, sodass jeder Zuschauer diesen Stream gut gucken kann. Wenn ihr kein Twitch-Partner seid, dann wird das eben nicht encoded. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Wir gehen auf Twitch. Und wir schauen uns jetzt einfach mal hier einen an. Die haben immer, das sind ja alles Twitch-Partner. Und die haben hier bei den Einstellungen die Qualität. Die Qualität, könnt ihr sehen, die Quelle, was er streamt, ist 1080p, 60fps. Man kann aber noch eine niedrigere einstellen. Wenn wir kein Twitch-Partner sind, dann können wir nur die Quelle auswählen. Die anderen sind nicht verfügbar, weil Twitch ist nicht encoded. Und wenn der Zuschauer ein schlechtes Internet hat, kann er vielleicht dieses 1080p, also 1080p, 1080p, 60fps nicht schauen. Der Stream wird laggen und er geht aus unserem Stream raus. Genau das wollen wir verhindern. Gleichzeitig hängt es dann so ein bisschen davon ab, wie unser Internet ist. Dafür haben wir wieder diesen Twitch-Bandwist-Test. Der Twitch-Bandwist-Test, wir sehen hier, ich kann 10.000 verwenden. Empfehlenswert ist es, 80% von eurer Bandbreite dafür maximal einzuplanen. Wenn ihr jetzt meinetwegen 5.000 habt, dann nehmt nur 80%, das wären 4.000. Denn ihr braucht diese 1.000, die dann noch übrig sind, vielleicht auch für andere Dinge. Zum Beispiel ist euer Spiel online. Ihr habt vielleicht nebenbei Discord, Spotify oder ähnliches am Laufen. Und genau diese Dinge müssen eben aufrechterhalten bleiben. Dementsprechend solltet ihr nicht alles nur für Streaming einplanen. So viel zu den Video-Bit-Rates. Jetzt müssen wir schauen, wie viel wollen wir denn benutzen. Dafür haben wir im Internet unter stream.twitch.tvencoding eine Seite, wo uns Twitch einfach vorgibt, was wir für Bitraten, für welche Qualität nutzen wollen. 1080p, 60fps empfehle ich wie gesagt nur Partnern, weil eben die Qualität so hoch sein kann, dass ihr einfach viele Zuschauer vergrault, weil das Internet nicht mitmacht. Ich empfehle euch zum Anfang mit 720p anzufangen. Da variiert es jetzt natürlich, was spielen wir überhaupt. Spielst du ein FPS-lastiges Spiel wie Fortnite oder einen anderen Shooter wie Counter-Strike, dann benutze 60fps und stelle eine Bitrate von 4.500 Kbps ein. Wenn du langsamere Spiele spielst, Hearthstone, Teamfight-Tactics oder ähnliches, dann bleib ruhig bei diesen 30fps. Ihr könnt natürlich auch einen Mittelwert nehmen, wenn euer Spiel nicht ganz so intensiv ist. Bei mir mit Mario Maker bin ich mit meinen 4000fps, das wäre ein Traum, mit 4000 Kbps sehr, sehr gut beraten. Dann bin ich ungefähr bei 720p bei 50fps. Und genau das habe ich bei mir persönlich auch eingestellt. Als nächstes haben wir den Codierer. Codierer kann man zwischen Software und Hardware unterscheiden. Das ist einmal dieses X264 oder eure Grafikkarte, AMD oder Nvidia. Für mich habe ich einen deutlich besseren Prozessor wie Grafikkarte. Dementsprechend benutze ich die Software. Wenn ihr eine bessere Grafikkarte habt, dann nehmt den Hardware-Modus. Wenn ihr beide gleich gut habt, empfehle ich euch nach wie vor den Hardware-Modus. Denn so werden die CPU das Ganze kodiert. Ihr habt gerade gesehen, da unten war eine Warnung. Wenn eure CPU das Ganze kodiert, kann das nochmal die Leistung und die Qualität beeinflussen. Aber da meine CPU deutlich besser ist wie die Grafikkarte, habe ich bei mir trotzdem Software. Als nächstes haben wir die Audio-Bitrate. Die Audio-Bitrate ist standardmäßig bei 160. Wenn wir eine höhere Audio-Bitrate verwenden, dann steht hier auch wieder die Warnung, Audio-Bitrate beim Streamen wird auf 160 festgelegt, was der Obergrenze des aktuellen Streaming-Dienstes entspricht. Genau so habe ich es auch eben aktiviert. Mehr oder weniger bräuchte ich es gar nicht umstellen, weil ich dieses Limit auch nicht erzwingen möchte. Viele werden es vielleicht auch gar nicht haben, dass sie die Audio-Bitrate auf 320 stellen können, sondern dann bleibt bei 160. Es ist definitiv nicht notwendig, weil es auch wieder nur Speicher von dieser Video-Bitrate verwendet. Genau. Ansonsten habt ihr hier noch die Codierer-Voreinstellung. Hier empfehle ich euch bei VeryFast zu bleiben. Dann haben wir als nächstes die Aufnahme. Die Aufnahme zum einen gibt an, wo ihr das Ganze gespeichert haben möchtet. Das gebt ihr auch einfach euren Detailpfad an. Wir haben die Aufnahmequalität. Wir haben hier drei verschiedene, beziehungsweise vier verschiedene, gleich wie den Stream. Das würde ich nicht machen, weil ihr Videoaufnahmen, wie ihr zum Beispiel auf YouTube hochladen wollt, eine höhere Qualität haben sollen. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, zwischen noch hohe Qualität und unterscheidbare Qualität und verlustfreie Qualität auszuwählen. Verlustfreie Qualität empfehle ich euch nicht. Guckt mal, es kommt direkt eine Warnung. Bei dieser Einstellung kann mehr als 7 GB Speicherplatz pro Minute anfallen. Nein, danke. Wenn ihr nicht gerade unfassbar viel Speicher habt, macht das vielleicht Sinn, aber für diesen Unterschied an Qualität lohnt es sich nicht, meiner Meinung nach. Wir haben noch die hohe und die ununterscheidbare Qualität. Ich bevorzuge die ununterscheidbare Qualität. Wenn ihr allerdings nicht so große Speichermedien habt, dann nutzt die hohe Qualität, denn es macht auch keinen Sinn, wenn ihr ihn immer nur begrenzt aufnehmen könnt und einfach immer wieder erst gucken müsst, kommt das alles weg oder könnt ihr es überhaupt verwenden. Benutzt dann die hohe Qualität, falls eure Speichermedien das nicht anders zulassen. Aufnahmeformat. Aufnahmeformat nehmen viele gerne MP4, ist allerdings nicht mein Favorit. MP4 hat das Problem, wenn OBS durch irgendeinen Grund abstürzen sollte. Dann sind die Dateien nicht wiederherstellbar. Dadurch bedingt nämlich MKV. MKV ist wiederherstellbar, sprich OBS stürzt ab, aber eure Datei ist sichergestellt. Gleichzeitig bietet MKV an, dass ihr verschiedene Tonspuren einstellen könnt. Wenn ihr also verschiedene Tonspuren habt, ist das noch eine super coole Alternative, die mit MP4 so nicht möglich ist. Steht hier nochmal. Wenn Sie mehrere Audiospuren aufnehmen möchten, sollten Sie MKV verwenden. Dementsprechend empfehle ich definitiv MKV. Codierer sind wir vorhin darauf eingegangen. Gleiches Spiel, entweder CPU oder Grafikkarte. Als nächstes haben wir theoretisch noch unsere Audio-Kategorie. Audio selber haben wir die Möglichkeit, hier die Geräte einzustellen. Wenn ihr die schon Standard in eurem Windows eingestellt habt, dann müsst ihr nicht wirklich viel umstellen. Für mich ist es wichtig, dass alles bei mir übers Mikrofon läuft. Ich will jetzt nicht zum Beispiel, dass jetzt meine Webcam das Mikrofon aufnimmt. Das habe ich dann alles deaktiviert. Da müsst ihr eben eure Geräte individuell einstellen. Ansonsten sind die Soundoptionen so sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich noch so Push-to-Mute aktivieren oder Push-to-Talk. Das ist komplett euch überlassen. Ist allerdings alles nicht notwendig und den Rest würde ich sowieso so lassen. Wenn ihr natürlich mit Sachen wie VoiceMeeter arbeitet, dann müsstet ihr hier VoiceMeeter einstellen. Wir haben hier jetzt noch Hotkeys. Hotkeys könnt ihr allgemein eingeben. Wie gerade schon gesagt, entweder Push-to-Talk oder sowas könnt ihr schon einstellen. Oder aber ihr könnt dann einstellen, dass ihr Streaming startet. Dafür ist dann natürlich wieder so ein Entstätigungsdialog ganz cool. Nicht, dass ihr aus wie die Taste kommt und auf einmal startet der Stream, obwohl ihr gar nicht live sein möchtet. Und wir haben dann nochmal den erweiterten Part. Den erweiterten Part empfehle ich euch nicht rumzuspielen. Ihr solltet den so lassen, wie er ist. Es gibt ein paar Dinge, die sind verständlich, wie Streamverzögerung. Da könnt ihr es aktivieren, dass euer Stream ein bisschen länger verzögert wird. Aber bei vielen anderen Dingen könnt ihr euch die gesamten Einstellungen zerschießen. Dementsprechend empfehle ich euch hier nicht beizugehen. Wenn wir dann alles haben, dann klicken wir auf Übernehmen. Wenn wir das Ganze dann übernehmen, dann haben wir hier die Möglichkeit, jetzt verschiedene Szenen und Quellen einzufügen. Ich werde dafür einmal das, womit ich gerade aufnehme, hier nach vorne schieben. Ich habe jetzt gerade hier eine Bildschirmaufnahme. Dadurch habe ich euch gerade die ganze Zeit den Bildschirm von meinem zweiten Screen zeigen können. Ich habe jetzt hier Sachen deaktiviert. Die Webcam, wenn ich hier draufklicke, wird die zum Beispiel einmal aktiviert. Um das Ganze anzupassen, klicken wir immer auf dieses Plus oder auf das Minus und fügen hier dann eben Quellen oder Szenen ein. Um die verschiedenen Szenen zu wechseln, klickt ihr einfach auf die jeweilige Szene drauf. Ich klicke jetzt auf den BeWrite Backscreen. Und jetzt seht ihr den BeWrite Backscreen. Ich klicke auf den Bildschirm, jetzt seht ihr wieder meinen Bildschirm. Und so könnt ihr das Ganze individuell anpassen. Die Quellen, die fügen wir jetzt einfach hinzu. Entweder habt ihr zwei Varianten. Wenn ihr eine Quelle schon irgendwo eingefügt habt, zum Beispiel will ich jetzt die Bildschirmaufnahme kopieren, kann ich hier einfach kopieren klicken und die bei einer anderen Szene einfügen. Wenn ihr was Neues anlegt oder es separat anlegt sowieso, klickt ihr auf hinzufügen. Hier könnt ihr euch verschiedene Sachen aussuchen. Webcam, es wäre zum Beispiel Videoaufnahmegerät. Ein Text kann man einfügen, eine Browserquelle. Wir wollen jetzt das Bild einfügen. Wir fügen jetzt einmal dieses Bild ein, das ist der BeWrite Backscreen. Wenn ich auf OK klicke, dann kommt jetzt der BeWrite Backscreen. Zack. Diesen BeWrite Backscreen kann man hier eben kleiner und größer machen. Man kann ihn verschieben. Ihr könnt hier unten einmal draufklicken auf dieses Schloss. Und jetzt könnt ihr den nicht mehr verschieben. Jetzt ist er wieder freigegeben. Wie vorhin bei der Webcam kann man das sichtbar machen. Und das Ganze hat eine Priorität. Das hier ist jetzt komplett im Vordergrund. Die Web, das Facecam Layout ist auf zweitem Vordergrund und so weiter. Das heißt, wenn ich das hier runterziehe, ist es an letzter Stelle und die Bildschirmaufnahme ist vor dem Bild. Wenn ich das jetzt eigentlich wieder hochschieben würde, kann man das wieder in die richtige Reihenfolge bringen. So kann man das hier unten auch anpassen mit diesen beiden Pfeilen. Wenn man die jetzt wieder löschen will, kann man entweder mit Rechtsklick theoretisch rauslöschen, entfernen, drücken. Kann man auch hier auf diesem Bild machen. Oder aber ihr drückt aufs Minus. Wollen Sie das Bild entfernen? Ja, und das ist wieder weg. So, und damit haben wir auch sämtliche Einstellungen von OBS Studio durchgesprochen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video hilfreich war, dass ihr alles verstanden habt, dass ihr für euch eure optimalen Einstellungen gefunden habt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Videobeschreibung, ins Kommentar. Und dann gehe ich da auf jeden Fall nochmal explizit einzeln drauf ein. Ansonsten, wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Da wird jetzt der Fokus auf diesem YouTube-Channel sein, dass ich einfach mit euch diese Streaming-Erfahrungen austausche. Und dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Einschalten. Habt einen schönen Tag, viel Spaß beim Streamen, bis demnächst. Ciao, ciao.